Hallo und herzlich willkommen bei WelliNest statt WelliStress. Wie erkennt man Krankheiten und Schmerzen beim Sittich? Symptome richtig deuten. Ein Sittich ist Meister darin, Schmerzen und Leiden zu verbergen. Das ist in der Natur lebenswichtig. Ein verletzter Vogel wird schnell zur Beute und von seinen Artgenossen angegriffen. Wie erkenne ich, dass mein Sittich krank ist und Hilfe braucht? Das und mehr erfährst du in diesem Video. Du musst deine Vögel gut beobachten und ihr normales Verhalten kennen, um die kleinsten Veränderungen wahrnehmen zu können. Es braucht schon ein bisschen Übung, um typische Verhaltensweisen und Körperhaltungen bei Schmerzen zu erkennen. Hat ein Sittich Schmerzen, bewegt er sich weniger als sonst und ruht sich aus. Je nachdem welcher Körperteil schmerzt, verhält sich der Vogel anders. Hat er Schmerzen in einem Bein, zieht er es ins Gefieder und schont es. Er humpelt beim Laufen. Wenn beide Beine wehtun, legt er sich auf den Bauch, um sie zu schonen. Beim Fliegen merkt man nichts. Nur die Landung wirkt holprig. Hat er Schmerzen im Flügel oder in der Schulter, lässt er den Flügel etwas hängen oder er zieht ein bisschen hoch und der Flügel liegt nicht normal am Körper an. Er bewegt sich wenig und meidet das Fliegen. Sie vermeiden auch das Klettern, da sie mit den Flügeln dabei Balance halten. Muss er dennoch fliegen, hört man kleine quietschende Laute, wie das Aua beim Menschen. Bei inneren Schmerzen wirkt er Sittich sehr ruhig, meidet Bewegungen und schläft viel. Bei eingeklemmten Nerven kann es zu Lähmungen in den Beinen kommen. Das Bein wird hochgezogen und die Zehen weit ausgestreckt. Wenn ein gesunder Vogel plustert, wirkt er rund und glatt. Wenn ein kranker Vogel mit Schmerzen plustert, wirkt das Gefieder struppig und kantig. Mein kleiner Herr Wolke zum Beispiel, er fiel vom Käfigtach hart auf das Brustbein. Ich war furchtbar erschrocken. Er quietschte leise, drehte sich auf den Rücken und streckte die Beinchen in die Höhe. Drei Tage saß er dann mit struppig aufgeplustertem Gefieder ruhig im gepolsterten Käfig, bis die Schmerzen besser wurden. Bis alles wieder gut war, bekam er Hausarrest. Hat dein Piepser Schmerzen, erkennst du das auch an den Augen. Ein Vogel, der müde ist und sich ausruht, schließt die Augen, indem er das obere und das untere Lid gleichmäßig in die Mitte des Auges schließt. Ein leidender Vogel zieht das untere Lid hoch, so wie ein Mensch die Augen zusammengneift, wenn er Schmerzen hat. Bei einem gesunden Vogel wirken die Augen rund und glänzend und aufmerksam. Bei einem kranken Piepser wirken sie traurig, müde, ins Leere blickend, abwesend und halb geöffnet. Kneift der Sittich nur ein Auge zu, so hat er Schmerzen in dieser Hälfte des Kopfes oder in den Nebenhöhlen. Zeigt ein Sittich dieses Verhalten über mehrere Tage oder Stunden? Dann geh mit ihm zum vogelkundigen Tierarzt. Verletzungen sind meistens offensichtlich durch Blutungen, Hinken oder hängende Flügelchen. Bei so oft in meinem blinden Bruchpiloten war die Verletzung sofort offensichtlich. Er hat sich die Handgelenke an den Flügeln gebrochen, als er das offene Fenster in die Freiluftfoliere verfehlte. Beide Flügeln bluteten und ich brachte ihn sofort zum vogelkundigen Tierarzt. Der Bruch ist verheilt und er kann wieder fliegen. Er wird aber zunehmend flugunfähig wegen der starken Kalusbildung und sitzt jetzt im Käfig, um sich nicht wieder zu verletzen. Auch viele andere Krankheiten kann man durch das Verhalten des Vogels erkennen. Andere Anzeichen sind nicht so auffällig. Zum Beispiel trinkt der Vogel mehr als sonst, frisst vermehrt und wird trotzdem immer dünner, wendet sich von seinem Partner ab und will nicht mehr so viel schmusen, ist plötzlich zahmer und lässt sich streichen, wenn er es vorher nicht wollte, kann sich vor Müdigkeit kaum noch auf der Stange halten oder wird zunehmend dicker und fauler. Andere Anzeichen einer Krankheit können sein Schwanzwippen, knackende Atemgeräusche, freundlich verschmierte Federn über der Nase, ständiges Niesen und schweres Atmen. Wirkt eine Siddich-Henne erschöpft, sitzt breitbeinig da und hat offensichtlich Schmerzen, hat sie Legenot. Sie muss sofort zum vogelkundigen Tierarzt. Ein kranker Vogel hat Untertemperatur, kein Fieber. Er hat kalte Füße, blustert und friert. Er braucht jetzt Wärme. Normalerweise hat ein Vogel 41 Grad. Hat einer deiner Piepser solche Anzeichen, geh mit ihm sofort zum vogelkundigen Tierarzt. Ein Wellensittich lässt sich lange nichts anmerken. Liegt er auf dem Käfigboden oder versteckt sich irgendwo, kann es sich nicht mehr auf den Füßchen halten und sie ballen sich krampfhaft zu Fäusten, ist es zu spät. Der Vogel stirbt, innerhalb der nächsten Minuten. Ich hoffe, dass du so etwas niemals miterleben musst. Wenn ich dir helfen konnte, gib mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Montag und Freitag gibt es neue interessante Videos. Drück die Glocke, um nichts zu versäumen.